So Leute, falls ihr im Besitz von Bitcoin seid oder in irgendeiner Art und Weise Bitcoin tradet, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr aufpassen solltet. In diesem Moment befinden wir uns nämlich an einer echt wichtigen Stelle und es könnte bald etwas passieren, das eine Kettenreaktion auslösen könnte, die meiner Meinung nach eine wirklich, wirklich explosive Auswirkung auf den Bitcoin-Preis haben sollte. Wie gesagt, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, falls ihr Bitcoin besitzt und oder tradet. Außerdem unterhalten wir uns über ein paar Altcoin-Gelegenheiten und über die traditionellen Märkte. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt direkt erstmal mit Bitcoin beginnen und zwar mit den Unterstützung und Widerstandsleveln, bevor wir dann über eine weitere wirklich wichtige Schlüsselsache sprechen, die gerade für Bitcoin passiert. Was wir jetzt hier sehen können ist, dass im Grunde genommen hat sich für Bitcoin gar nicht so viel geändert. Wir tuckern immer noch weiter, wir machen weiter lower lows, wir machen weiter lower highs und abgesehen von diesem Fake-Out hier, da trenden wir definitiv weiter nach unten. Okay, wir haben es im Übrigen auch noch nicht geschafft, hier über die orangefarbene Box nach oben durchzubrechen. Das bedeutet, diese orangefarbene Box wird für uns ein richtig großer Widerstand sein. Oder ich sollte besser sagen, sie ist für uns bis jetzt schon ein richtig großer Widerstand gewesen und es wird auch in Zukunft weiter ein großer Widerstand sein. Deshalb ist es auf jeden Fall ein Level, das man im Auge behalten sollte. Klar, ich habe jetzt schon über die Unterstützungs- und Widerstandslevel gesprochen, aber der Unterschied, den wir jetzt gerade haben, ist, dass wir etwas wirklich Interessantes hier haben. Denn ihr wisst ja, wir haben über diese abwärts gerichtete Trendlinie hier auf der 4-Stunden-Chart gesprochen. Und was man jetzt hier sehen kann ist, dass das weiterhin ein echt starker Widerstand ist. Und naja, dieser Widerstand, der kann Bitcoin jetzt ziemlich gefährlich werden. Ich meine, schaut euch das einfach mal an. Wir haben jetzt bei den letzten paar 4-Stunden-Kerzen wirklich so oft versucht, nach oben durchzubrechen. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal haben wir versucht, die abwärts gerichtete Trendlinie nach oben zu durchbrechen. Sollten wir es jetzt tatsächlich schaffen, diese Linie zu durchbrechen, naja, dann haben wir noch die andere, ganz oben bei 57.600 Dollar. Wir haben jetzt also eine bei 56.700 und dann noch einmal bei 57.600 Dollar. Die Frage ist jetzt, warum ist das denn überhaupt so wichtig, dass wir diese Marke nach oben durchbrechen? Naja, ganz einfach, klar. Wenn wir dieses Level nicht durchbrechen und wir gehen weiter nach unten, dann wird uns das natürlich logischerweise zu niedrigeren Preisleveln führen. Wenn wir jetzt also ganz einfach weiter diesen Widerstand treffen, dann werden wir entweder irgendwann den Widerstand durchbrechen oder wir werden ein Unterstützungslevel nach unten durchbrechen. Das andere Unterstützungslevel, über das ich jetzt reden möchte, ist, wenn wir jetzt einmal zu dieser Chart hier gehen, das ist jetzt der Daily Chart. Und was wir jetzt hier auf der Daily Chart sehen können, das ist diese Unterstützungslinie, über die wir auch schon mal in unserem Video gesprochen haben. Die rote Linie. Sollten wir diese, also sollten wir jetzt nicht diese orangefarbene Linie nach oben durchbrechen, dann werden wir natürlich mit dem Bitcoin-Preis, wie ich vorhin gesagt habe, weiter nach unten gehen. Und sollten wir dann noch weiter nach unten gehen, dann würde das natürlich bedeuten, dass wir früher oder später diese unfassbar wichtige Trendlinie auf der Tagesschart durchbrechen werden. Für Bitcoin befinden wir uns also gerade an einem super interessanten Zeitpunkt. Wir stecken zwischen Hammer und Amboss, zwischen dem abgerichtsgerichteten Widerstand und der massiven Unterstützung hier auf dem Daily Chart. Was auch immer hier passiert, also entweder wir durchbrechen diese Linie nach unten, was natürlich nicht gut für Bitcoin wäre, oder aber wir durchbrechen die orangefarbene Linie hier auf der 4-Stunden-Chart nach oben, was natürlich gut für Bitcoin wäre. Eine weitere Sache ist, wenn wir jetzt mal zu den traditionellen Märkten überspringen, dann können wir sehen, dass die Formation, die ich euch gestern im Video gezeigt habe, da können wir sehen, dass auch hier, da sind wir direkt an dem Widerstand. Sollten wir es jetzt also bei den traditionellen Märkten tatsächlich schaffen, durch diesen Widerstand zu brechen, dann könnte es, also zumindest meiner Meinung nach, auch genug Momentum für die Bitcoin-Märkte geliefert werden, damit wir auch dieses Level hier durchbrechen können und dann kann die Party richtig losgehen. Es ist also eine richtig interessante Formation im Markt momentan. Und abgesehen davon haben wir jetzt auf der 4-Stunden-Chart auch noch dieses riesige Falling-Redge, aus dem wir ausgebrochen sind, wo wir jetzt gerade einen Retest für die Unterstützung sehen und immer noch darüber sind, was natürlich schon mal ein an sich gutes Zeichen ist. Einige Leute haben jetzt auch gesagt, dass auf dem 12-Stunden-Zeitraum, ups, das war der 12-Minuten-Chart, also der 12-Stunden-Chart, dass man das da auch im Grunde genommen so zeichnen kann, was auch natürlich vollkommen in Ordnung ist. Also haben wir auch diese Formation hier. Und noch einmal, sollten wir es schaffen, durch die orangefarbene Linie auf der 4-Stunden-Chart nach oben durchzubrechen, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass wir aus diesem massiven Falling-Redge auf dem 4-Stunden-Chart ausbrechen. Also ein echt interessanter Zeitpunkt für Bitcoin und ich werde euch natürlich über all das auf dem Laufenden halten. Einige Leute haben mich jetzt im Übrigen auch gefragt, in welchen Altcoin sollte man einsteigen und wie komme ich da rein und wie finde ich sie? Und naja, ich habe jetzt schon über CD-Fi einmal in meinem Video gesprochen oder öfter. Und die Coins, die auf CD-Fi laufen, die laufen eigentlich immer ziemlich gut. Deshalb versuche ich in so viele Coins einzusteigen, die auf CD-Fi rauskommen. Eins davon ist jetzt Attack Wagon und dabei handelt es sich um ein Blockchain-Game-Studio, das einzigartige Weltner schafft, das mit Hintergrundwissen vollpackt und dann noch in ein echt schönes Artwork einhüllt. Sie haben jetzt also ein paar Spiele in der Pipeline. Eins davon ist Scrap Skills, ein Weltraum-Shooter, in dem es um Schrottschmuggel geht. Und dann haben sie tatsächlich noch ein paar weitere Spiele, hier unten, wie zum Beispiel Spellkarte. Das ist jetzt ein unerbitterliches Echtzeit-Strategie-Survival-Game voller Magie und Bandenkriege. Im Grunde genommen ist es jetzt einfach wirklich so. Genauso wie ich auch in meinen Videos schon vorher gesagt habe, ich bin im Moment so gespannt darauf, was in den nächsten Jahren aus dem gesamten NFT-Gaming-Bereich herauskommen wird. Ich meine, klar, im Moment gibt es so viele Produkte, die auf den Markt kommen und ich glaube, im Grunde genommen nur so 5% davon werden erfolgreich sein. Klar, wir sind im Moment wirklich an der Spitze der Innovation. Und achso, ein weiterer Coin, in dem man eventuell noch einsteigen könnte, ist Last Survivor. Das ist auch eine Idee, die drüben auf CD-Fi entstanden ist. Es handelt sich hierbei um ein Metaverse-Projekt, das auf der Binance Smart Chain basiert. Im Grunde genommen ist Last Survivor ein Battle-Royale-Spiel, bei dem es sich zusätzlich um ein Free-to-Earn-Game handelt. Falls ihr also jemals in eurem Leben etwas wie PUBG, Fortnite oder so gespielt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr also bei Last Survivor mitmachen möchtet, das Ganze findet in ein paar Tagen auf CD-Fi statt, also ist auf jeden Fall noch Zeit, um da mitzumachen. Ich persönlich bin auf jeden Fall in beide Projekte investiert, Last Survivor und Attack Wagon. Wie auch immer, macht eure eigene Nachforschung. Aber in der Regel laufen CD-Fi-Coins auf jeden Fall richtig gut. Und genau deshalb habe ich ja auch schon auf diesem Kanal so oft über CD-Fi gesprochen. Okay, und im Grunde genommen war es das dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mal einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.